Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ja, wir haben beim letzten Mal ziemlich viel Spaß gehabt mit ein paar Blendgranaten, die wir gefunden haben. Wir sind nach wie vor auf der Flucht vor Polizei und FBI und auch nach wie vor unverändert auf dem Weg zum Radiosender von Pat Main, den wir um Hilfe bitten wollen. Wir müssen ja uns erneut mit diesem Entführer treffen, der unsere Frau Alice hat. Und der will uns bei einer Erzmiede, glaube ich, hieß es, will er uns treffen und vielleicht hilft uns der Pat, ja da hinzukommen. Ja, wir haben beim letzten Mal hier Schluss gemacht. In dieser kleinen Kammer haben wir noch ein paar Leuchtfackeln gefunden, sehr schön. und auch die Warnung, dass wir niemanden im Dunkeln trauen sollen. Und höre ich jetzt auch noch was? Walking Light, also bleibe im Licht, laufe im Licht, okay. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen, aber wir müssen hier weiter. Also, auf geht's und hoffen wir mal, dass wir möglichst wenig Besuch haben auf dem Weg zum Radiocenter. Da hinten sehe ich schon wieder, da sehe ich schon wieder, ja, das dürfte ein Polizeiauto sein. Und da sind auch schon wieder die nächsten Kumpels hier. Ei, ei, ei. Drei an der Zahl, das wird lustig. So, zack, Blendgranate, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ach komm, das hat nicht gereicht, oder? Das gibt's doch nicht. Der eine hat's doch zartig überlebt. Muss ich nochmal eine Blendgranate opfern? Jetzt habe ich noch eine, na, das wird ja lustig. Eine ist ein bisschen wenig. Eine ist verdammt wenig. Komm, bitte lass hier ein paar Blendgranaten sein an dem Karren. Oh, schaut nicht gut aus. Doch, hier. Ja, mein Gott. Schnell, 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 welche mitnehmen hier. Und, da kommen schon die nächsten. Als hätte ich's gerochen, dass sich die Jungs hier verstecken am Auto. Ach Gott, war vielleicht ein bisschen früh, dass ich sie geworfen hab. So, sollen wir den jetzt mitschleppen? Ich möchte Ungarn nochmal eine Blendgranate verheizen. So, ausweichen. Deputy, das war wohl nix. So, ab zum Radiosender, da vorne ist er. Lauf. Und, ah, jetzt hat er uns doch noch erwischt. Also gut, es hilft nix, wir müssen die blöde Blendgranate schmeißen. So, das war's. Auf Wiedersehen. Ins Jenseits mit dir, ins Jenseits. Du böses Dunkel. So, das ging jetzt aber erstaunlich schnell, muss ich sagen. Komm, wir schauen uns jetzt erst noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere hübsche Ding, was wir brauchen, und was uns hilft auf unserer weiteren Reise. Ich glaub's zwar nicht, wahrscheinlich finden wir bloß erneut ein paar schwere Jungs. Ein paar böse Besessene. Weil das hier waren ja jetzt nicht mehr die Ranger, das waren ja die toten Ranger. Die Dunkelheit hat ja beim letzten Mal diverse Ranger mitgenommen, ins Jenseits befördert. Und wir wissen ja, dass die Dunkelheit sich toter Körper bemächtigt. So, was ist da hinten? Oh je, komm bitte, lass da noch was sein. Irgendwas. Ach nee, das ist diese Dingens, wo wir herkommen. Ach, oh je, der Ausflug hat sich ja gelohnt. Super. Von da kommen wir von dieser Höhle. Also dann schnell zurück. Dann war dieser Spaziergang total überflüssig. War hier noch irgendwas? Nein, nicht mehr. Dann zum Radiosender. Ja, hoffentlich kann uns der Patman überhaupt helfen. Mein Gott, und unser Charakter Alan Wake ist schon wieder total außer Puste. Ich kann schon gar nicht mehr rennen mit ihm. Zumindest scheint hier Ruhe einzukören. Diese schaurige Musik ist nicht mehr da, also schaut gut aus. Hier ist nix mehr. Ja, oh, 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 oh. Und ich sag noch, hier ist nix mehr, ja klar. Halt, oh, oh. Oh, der hält einiges aus, der Hundling. Blendgranate. Und tschüss. Ah, verabschiedet er sich. Dann war das wohl der letzte Gegner hier. Jetzt haben wir noch eine Blendgranate. Ja, das ist ziemlich dürftig. So. Oh, okay, ich hab schon überlegt. Ach, komm, ich hab überhaupt rein? Ja, einfach durchlaufen. Schön, Kontrollpunkt erreicht. Wir haben's geschafft. Wir sind hier bei diesem Radiosender. Oh, da ist er auch. Wie meinen Sie das? Es ist eine Wohnwagensiegelung. Natürlich gibt's da Herkamm. Was soll man schon erwarten? Die Polizei sollte lieber den normalen Bürgern helfen, statt für diese Leute Zeit und Geld zu verspenden. Tja. Will der Abschaum seine Probleme selbst lösen? Mein Großvater hat sich immerhin schon 1900 Gilding Bright Falls angewiesen. Oh, vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Sowas. Naja. Ja gut, hat man ja öfter, ne? Dass dann Leute im Radio anrufen und eine Menge Rotz von sich geben. Soll ja auch diverse Let's Player geben, die genau das gleiche machen. Die den ganzen Tag nur Unsinn ins Mikro quatschen. Also wenn ich da mal einen kennenlerne, dann sage ich Bescheid. So, hier finden wir nichts mehr. Keine weitere Manuskriptseite. Hätte ich auch nicht gedacht. Dann ab hier in den Radiosender. Hoffentlich hilft er uns. Das wäre jetzt schön. Zack. KPFFM. So heißt ja der Sender, wo er arbeitet. So, die Nachteule. Padmein, genau. Die Nachteule. So, da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Nö, das war klar. So. Was ist hier? Early Bird, der frühe Vogel. Mhm. Nein, jetzt wissen doch die Bullen, wo wir sind. Du Narre. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown. Gehen Sie weg vom Main. Lassen Sie ihn. Hey, hey, hey. Immer mit der Ruhe. Stecken Sie die Waffe weg. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale. Wir haben ihn. Großer Gott. Was ist denn bloß los mit ihm? Da drinnen ist ein Zivilist. Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich mir nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Na super. Das war ja toll. Der ganze Aufwand für nichts. Weil Pat seine Klappe nicht halten hat können und wir jetzt, ja, verraten wurden. Mist. Ärgerlich. Aber der Polizist, dieser Nightingale, dieser FBI Agent, der wird mir immer unsympathisch. Ich sag's euch, wie es ist. Das kann nicht sein, dass der einfach mit einer Knarre und Dienstmarke im Wild durch die Gegend ballert. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja fast schon, ne? Das ist ja Missbrauch, was der macht. Amtsmissbrauch. Aber gut, in den Staaten ist halt alles anders. So, ja, dann müssen wir wohl unseren eigenen Weg finden zu dieser Erzmine. So, da ist ne Manuskriptseite. Schauen wir kurz an. Nightingale im Radiosender. Mhm. Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen. Doch Main griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zaun und Erniedrigung. Ja, das haben wir ja miterlebt. Beziehungsweise nur noch das Ende. Ei, ei, ei. Und da oben hat er schon nach uns gesucht, oder wie? Ja, okay, da sind sie mit ihren Taschenlampen bewaffnet. Ja, da leuchten wir mal ein bisschen mit hier so. Hallo, hier sind wir. Ja gut, die waren jetzt nicht hier runtergekommen. Ja, aber das ist schon hart. Man stellt sich mal vor, der hätte Padman getroffen. Dann möchte ich nicht wissen, was da los gewesen wäre. So, Leuchtfackeln, Leuchtfackeln. Jawohl, nehmen wir mit. So, wir haben immer noch keine Waffe, keine Pistole, gar nichts. Jetzt müssen wir zum Zugdepot. Okay, Zugdepot. Haben wir das da drüben gesehen? Ja, ich weiß nicht. Wir laufen einfach mal den Weg entlang. So, da unten liegt schon wieder was rum. Oh, oh. Und ich höre schon wieder diese schaurige Atmosphäre, die immer dann kommt, wenn Besuch vor der Tür steht. Kaum gesagt, da sind sie schon. Ach, herrje. Nein, 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 nein. Und Blendgranate. Schwupp. Und schnell den blöden Generator anwerfen. Mach ihn, ne. Mach ihn. Na, immerhin. Immerhin. Es werde Licht. Was haben wir hier? Schrotflintenmunition. Ein Revolver, jawohl. Wunderbar. Okay, wir haben wieder eine Waffe. Jetzt bin ich echt froh. Die letzte Blendgranate sind wir losgeworden. Jetzt haben wir wieder eine Waffe. Aber wieso finden wir Schrotflintenmunition, wenn wir keine Schrotflinte hier in der Nähe haben? Das verstehe ich nicht ganz. Oh, oh. Oh, oh. Ja, wer ist denn da? So, ab ins Licht und weg ist er. Das ist schön, wenn man so einen Rückzugspunkt hat. Einfach ins Licht gehen und dann passiert nichts. Dann verschwinden sie wieder. Die Dunkelheit, die mag das gar nicht. Aber ich höre sie schon wieder. Oh, die halten was aus, die Jungs. Die halten was aus. Leuchtbarke. So, Freunde. Jetzt gibt es Saugels. Da ist der Nächste. So, auf Wiedersehen. Und noch einer. So, das ist aber kein Ranger. gewesen. So, nachladen. Hopp. Eieiei, das hört gar nicht mehr auf hier, ey. Das hört nicht mehr auf. Ein bisschen Munition wäre jetzt nicht schlecht. Wenn man da noch was finden würde. Hier ist nichts mehr. Vielleicht sollte ich nicht so weit abseits laufen. Das wäre... Oh, oh. Oh, oh. Ah ja, da. Und schon wieder Kundschaft. Oieieiei. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Den zweiten. So, ja. Dezenter Hinweis quasi. Wir sollen hier weitergehen. Okay. Habe ich verstanden. Ist in Ordnung. So, jetzt haben wir noch ganze drei Schuss. Das wird lustig. Da ist nochmal... Oh Gott, nein. Da kommt nochmal Kundschaft. Ja, klar. Dankeschön. Weißer waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Ja, auffällig, ne? So. Okay, die Dunkelheit kontrolliert die Besessenen. Das wissen wir ja schon. Das wissen wir ja schon. Kann man das Ding auch anschalten? Jawohl, schalten wir an. War für Nachladen. Sechs Schuss. Mein Gott, lächerlich. Sechs Schuss. Das wird nie was. Da kommt der Nächste. Ach ja, je. Das wird nie was, Freunde. Das kann nichts werden. So, daneben. Vielen Dank. Und ein bisschen leuchten. Drei Schuss noch. Gott, einen können wir noch aushalten. Aber dann... Dann ist Feierabend. Komm, bitte. Munition. Irgendwas. Irgendwas. Nein, da ist so eine... Halt doch hier, jawohl. Mitnehmen. Nachladen. Wieso ist die Lampe schon wieder aus? Die habe ich da angeschaltet. Oder war das die da drüben? Nein, die war die da drüben. Mein Gott. Aber die ist auch aus. Geht die nach einer gewissen Zeit aus? Sieht so aus, ne? Sieht so aus, ja. Aus, aus, aus. Tolle Satzbauweise. Schöne Formulierung. Drüben ist auch schon wieder aus. So, gehen wir vorsichtig hier rein. Oh, oh. Da höre ich ja irgendwas. Ach, das knarrt bloß so. Okay. Da ist eine Schrotflinte. Geil. Schrotflintenmunition. Oh, oh. Ja klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sicher. Vielen Dank. Oh Gott. Das wird lustig werden. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Leuchtwackel, Freunde der Nacht. Nachladen. So, mein Gott. Das ist ja richtig intensiv heute. Richtig kampfintensiv. So, Lampe an. Oh, der hat uns sauber erwischt, der Sack. Boah, der tut ja richtig weh. Aber der hat ja richtig was ausgehalten. Ja, Wahnsinn. So, Batterie wechseln. Oh, ein ganzes Magazin hat der ausgehalten. Ja, Wahnsinn. Nochmal Batterie wechseln. Waffe nachladen. Komm. Hopp, hopp, hopp. Lampe an. Mach das blöde Ding an. Na, geht doch. Ja, sag mal. Was ist denn hier los? Also, wenn das in der Taktung weitergeht, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Ei, ei, ei. So, aber hier. Ja, wir scheinen hier. Das war's. Wir scheinen hier wirklich diesen Ansturm überlebt zu haben. Es juckt mich trotzdem hier. Oh, was ist das hier noch? Batterien. Jawohl, nimm mal mit. Es juckt mich da drauf zu knallen. Komm, was soll's. Das muss einfach sein. Dieser eine Schuss macht's nicht fett. Der macht's nicht fett. So, da vorne ist doch... Da war doch was. Genau, die Manuskriptseite. Die sehe ich doch von hier. Also, nichts wie hin. So, hinter uns ist nix. Also, dann schauen wir uns das Ding noch schnell an. So. Oh Gott. Weg wird von einem Bulldozer angegriffen. Das wird ja heiter. Der Motor des Bulldozers sprang tosend an. Matsch und Steine flogen, als er sich in Bewegung setzte. Er traf die Mauer und landete schwer im Freien. Wäre er ein Tier gewesen, hätte er den Kopf geschickt. Die Augen auf mich gerichtet und angegriffen. Natürlich besaß er weder Kopf noch Augen. Schatten huschten über seine Gestalt, verformten ihn zum Monstrum. Dann greffe er mich an. Ei, ei, ei. Na, ich weiß nicht. So, hier kommen wir nicht durch. Da ist zu. Da ist dicht. Ich kann auch nicht außen rum. Nee, da geht nix. Da führt kein Weg dran vorbei. Wäre jetzt interessant, was dahinter noch gewesen wäre. Aber ich glaube, diesen Weg sollen wir nicht gehen. So, kurze Bestandsaufnahme. Die Schrotflinte ist leer. Der Revolver hat acht Schuss. Wir haben eine Leuchtfahrt. Ach, herje. Wir kommen über diesen Baumstamm vielleicht noch da hoch. Ist da oben irgendwas? Das wäre jetzt spannend. Auf dem Dach ist da irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nee. So, und da geht die Lampe schon wieder aus hier. Anbleiben bitte. So. Ja, dann gehen wir zu diesem Schuppen. Vielleicht findet man da noch ein bisschen Munition. Ja, ein Käffchen. Ja, ich will jetzt kein Käffchen. Ich will eine Munition haben, bitte. Oh Gott, das klingt schon wieder so, als ob da hinten wieder die Hölle los ist. Als ob es da wieder abgeht. Oh. Aber da ist Licht, da ist Licht. Und nehmen wir noch Skriptseite. Noch eine. Nehmen wir mit. Komm, solange uns keiner angreift. Oh. Der Zug, okay. Mein Gott, jetzt erschrecke ich schon beim Zug, wenn der Zug hupt. Schon gedacht, jetzt kommt der Bulldozer. Ah, Licht. Cool. Also, zuerst noch schnell hier dieses Emergency Kästchen. Geplündert. Jawohl, das ist Munition. Revolver, Schrotflinte. Hurra. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vier Schuss für die Schrotflinte. Ja, das ist ja, ja gut, besser als nix, ne? Aber wir bleiben beim Revolver. Und wir schauen natürlich die Manuskriptseite noch an, die neue. Sarah misstraut Nightingale. Sarah vertraute ihrem Bauch. Und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht. Und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte. An dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Tja, wie vermutet, ein Riesenarschloch. Entschuldigung für die Formulierung. Aber ich glaube, ihr fühlt da alle mit mir und habt die gleiche Meinung. So, ja, aber ich denke, hier ist ein guter Zeitpunkt. Hier im Licht, an diesem sicheren Hafen, an diesem Rückzugspunkt, an diesem Quell der Hoffnung und der Freude. Ja, okay, jetzt werde ich ein bisschen blumig, aber trotzdem hier zumindest in dieser düsteren Geschichte ist jedes Licht einfach immer wieder ein Hingucken und ja, einfach ein Quell der Sicherheit und ein Punkt der Hoffnung. So, also ich mache Schluss an dieser Stelle. Sage an euch wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf ein Wiedersehen, wenn es hier weitergeht mit unserem Alan Wake auf der Suche nach seiner Frau Alice. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus. Musik 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 Musik